Punkt vor Strich ist eine wichtige Mathematikregel. Sehen wir uns hier ein Beispiel an. 81 minus 9 geteilt durch 9 ist gleich. Nach der Regel Punkt vor Strich muss man zuerst 9 geteilt durch 9, also 9 geteilt durch 9 ist gleich 1, ausrechnen. Nicht aber 81 minus 9. Damit erhalten wir das Ergebnis. 81 minus 1 ist gleich 80. Und jetzt noch einmal eine kleine Wiederholung. 81 minus 9 geteilt durch 9 ist gleich. Wir beachten Punkt vor Strich. 81 minus 9 geteilt durch 9. Das ist 1 als Zwischensumme. 81 minus 1 ist gleich 80. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Ciao. Da war ich. Der estão da charges. Und dann bei mir ist das Gericht? Wenn dieisk Moschскinberz mitaillende, haben ist laut, wenn wir ein Liebeslutionsmehr لم ist, uje dir die K Settings damit, енной Dimensけれequilib facilitate.